False Flag Ereignisse Richard Falk oder Richard Falk schrieb in Das Neue Pearl Harbor Es gibt schließlich eine lange Geschichte von der Manipulation der öffentlichen Meinung in Sachen Krieg und Frieden. Historiker sind sich zunehmend einig, dass erstens bei der Explosion der USS Maine, um den spanisch-amerikanischen Krieg vom Zaun zu brechen, zweitens bezüglich des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor, um den vorher unbeliebten Eintritt in den Zweiten Weltkrieg zu rechtfertigen, drittens beim Golf von Tonkin-Vorfall im Jahr 1964, welcher vom Weißen Haus in Washington dazu benutzt, wurde, um eine dramatische Ausweitung des Vietnamkrieges auf Nordvietnam zu rechtfertigen, und viertens der Irak unter Saddam Hussein dargestellt wurde, ein bedrohliches Arsenal an Massenvernichtungswaffen zu besitzen, um entgegen internationalen Rechts und den UN den Krieg gegen dieses Land durchzusetzen, die Tatsachen manipuliert wurden, Zitat Ende. Eine von den herrschenden verwendete Methode, um ihre Agenda der neuen Weltordnung durchzusetzen, ist die als Problem, Reaktion, Lösung oder die Hegel'sche Dialektik des deutschen Philosophen Hegel bekannt. Paul Joseph Watson schrieb in Ordnung aus dem Chaos heraus, Hegel behauptete, dass jede spirituelle, intellektuelle und historische Entwicklung, ob negativ oder positiv, das Ergebnis von zwei gegensätzlichen Idealen ist. These steht im Widerspruch zu Antithese und dies erzeugt Synthese. Die moderne Anwendung dieser Dialektik wird von der herrschenden Elite benutzt, um ein Gruppendenken bei der breiten Mehrheit zu erzeugen, was ihnen ermöglicht, ohne Widerstand ihre Agenda weiter durchzusetzen. Um es einfach zu sagen, es ist Gehirnwäsche. In der Vergangenheit wurde die Dialektik dazu verwendet, um Krieg zu erzeugen. Die NSDAP und die Bolschewiken wurden beide von den weltweit herrschenden finanziell unterstützt. Diese beiden späteren Staatsmächte wurden dann aufeinander gehetzt, um das Chaos des Zweiten Weltkriegs zu schüren. Der von den heutigen Forschern weithin verwendete Begriff ist Problem, Reaktion, Lösung. Und die Taktik wird hauptsächlich dazu verwendet, die Bevölkerung zu unterdrücken, den Polizeistaat voranzubringen und die geopolitischen Ziele der neuen Weltordnung durchzusetzen. Zitat Ende. Zuerst wird ein Problem geschaffen und gestaltet, um eine bestimmte Reaktion der Bevölkerung hervorzurufen. Dann verlangen die Leute, dass irgendetwas mit dem Problem passiert und sind bereit, die vorher geplante NWO-Lösung zu akzeptieren. Eine Lösung, die stets Maßnahmen oder eine Gesetzgebung beinhaltet, welche unter normalen Umständen niemals hätte durchgesetzt werden können. Nochmal Paul Joseph Watson. Es funktioniert wie folgt. Die manipulierende Seite schafft verdeckt ein Problem und lässt dann die Medien unaufhörlich die Aufmerksamkeit darauf richten, ohne eine Lösung zu bieten. Man muss sich vergegenwärtigen, dass man eigentlich nur die Spitze der Medienpyramide kontrollieren muss. Bei der meisten Berichterstattung wird das wiedergekaut, was die großen Zeitungen und Fernsehsender berichten. Das Problem kann alles sein. Ein Krieg, ein finanzieller Zusammenbruch, ein Ausbruch von Kindesentführungen oder ein terroristischer Angriff. Die Macht der Medien kann die falsche Vorstellung erzeugen, dass ein großes Problem existiert, selbst wenn es keins gibt. Wenn einmal dieses Problem geschaffen wurde, stellt man sicher, dass eine Person, eine Gruppe oder eine Gesinnung beschuldigt wird. Dies veranlasst dann die Bevölkerung, sich hinter einem verzweifelten Verlangen nach einer Lösung des Problems zu versammeln. Irgendetwas muss passieren, schreien sie dann einhellig. Die Leute, welche dieses Problem überhaupt erst geschaffen haben, kommen dann und bieten die Lösung, welche die Bevölkerung verlangt. Man muss bedenken, dass die nach einer Lösung schreienden Menschen nicht wissen, dass dieses Problem überhaupt erst künstlich geschaffen wurde. Die Lösung ist dann jedes Mal eine weitere Einschränkung der Freiheit und ein Fortschreiten von einem oder mehrerer Punkte der Agenda der neuen Weltordnung. Ob dies geopolitische Interessen, neue Gesetze oder die Umsetzung von neuen gesellschaftlichen Anschauungen sein mögen. Zitat Ende. Alex Jones schrieb in 9-11, Abstieg in die Tyrannei, die hegelische Dialektik von Problem, Reaktion, Lösung. Greife dich selbst an, beschuldige deine Feinde und erzähle der Bevölkerung, dass du sie beschützen kannst, wenn sie ihre Freiheiten aufgeben. Alles, was man behauptet, da kann man auch das Gegenteil behaupten. Und diese These-Antithese wird dann aufgehoben in der Synthese. Die Synthese beinhaltet dann die These und die Antithese und bringt sie in einen größeren Zusammenhang. Aber, damit ist dieser dialektische Prozess nicht beendet, sondern diese Synthese wird dann auch wieder zu einer These, zu der man eine Antithese formulieren kann und daraus folgt dann wieder die Synthese. Also dieser dialektische Prozess geht dann immer weiter und weiter, bis man sozusagen alles im ganz großen Zusammenhang sieht.